Eifrigkeit. Nee, eifrig. Eifrig gegen Ko-Bubi. Siehe gegen Ko-Bubi. Ich habe hier ein bisschen insane Information zu diesem Set. Ich habe gehört, dass Ko-Bubi nicht gerade der beste gegen Kharko ist. Das wäre zumindest das Meme. Aber ich habe letztens gegen ein paar Prentice gespielt. Und ich kann eigentlich nur vom Gegenteil reden. Schon eigentlich ein sehr kompetenter Spieler gegen Pan. Er lügt! Closebring. Wo ist jetzt hier? Wie ist er eigentlich für das Ziel bei Magellan dann? Nee. Also Luka müsste noch gar nichts sein. Wie ist er hier in Peach? Sehr, sehr schlecht. Peach. Aber ist egal, sagen wir jetzt. Ganz auch schlecht. Ich würde dir erst ein bisschen fahren. Aber ich weiß nicht. Aber wenn ich so spiele, ist das eh gleich schon. Demnächst irgendwann ist keine Antwort. So. Auf jeden Fall. 100-0 Matchup gefallen. Oh mein. Oh, Konati macht den Konati. Ist halt wie aus der Ecke. Und macht den nächsten Konati und muss irgendwie... Stomp. Knie. Eigentlich praktisch. Was ist das für ein Schauchfest gerade? Was? Was? Du seht ja auch mal gegen Faunbord und gegen Laika verloren. Aber ich frag mich eigentlich wie, nachdem ich nie gespielt habe. Ach so, keine Ahnung. Ja vielleicht spielt er heute gut, aber sonst nicht. Heute? Keine Ahnung. Man weiß es nicht genau. Ist ein Mysterium der Menschheit. Ich weiß es nicht. 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 Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber Peek tritt halt nur einmal alle fünf Monate auf oder so. Das ist halt nicht nackt. Ich weiß es nicht. Aber wenn es auf wird. Puff. Feuer. Aber hier nah. Ich bin immer zum Match zurück gekommen. Fucking. Bubi Bui gegen C.A. Eifrig. Sagst du das schon? Sie und ich spielen einfach 5 Leute gegen Kassel. Ja. Okay. Ich bin schon smart. Ich bin schon smart. Ich würde sagen ich bin auch teilweise smart. Ich fern halt eigentlich mal ran. Ja. Oh mein. Komm so. Mir ist doch das gut. Schaut doch zu. Und überlegt dann so was der Kassel ist. Und es geht mir aus dem Ziel einfach rein. Und der lange hat das Kassel. Legitimweise mit bester Kassel. Faire Sache. Und das sind halt beides legitime Strategien dafür. Ja. Und Robi baut da sein Lied heftig aus. Und wenn es schon zwei Stops gibt. Aber wir wissen gegen Falko ist das nichts. Denn eine behinderte Combo. Und es ist komplett vorbei. Oh mein. Wieso? Wie lange Banane hat das? Wieso? Wieso? Ich hab gefragt wenn er wieder kommt. Und dann hat der nächste Moment gesagt dass keine Antwort. Und jetzt ist das traurig. Might be Banane. Digger Banane komm mal wieder ran. Ich vermisse dein Mav eigentlich schon. Ich mein du warst ja eigentlich auch schon. Ich mein du warst ja auch schon. Ja Digger du warst ja auch schon. Oder komm mal zum Arcadia. Und wie hier dran. 29ster. Jetzt Arcadia wäre ganz nice. Kannst vielleicht auch ein paar Wins gegen irgendwelche Out of Region Players irgendwie abstrauben. Wie scheiß Bayerische Peaches eigentlich. Also eigentlich will ich nur All Burned auf 18 sehen. Wenn das ist ein Turn of the Level Styling das behindert. Er macht einfach den Geld jungen. Und die Styling wird dabei hart. Die Ziel holt das Game noch. Ich hätte mir heute noch mal mein Chat ansehen. 2 Euro das Ziel. Das Game noch ruhig. Phantom Shine. Oh mein Gott sie ist gestört. Oh mein Gott. Ich hab mir jetzt so viele Minuten. Jetzt ist es gebrochen. Weil er auch sehr schützt. Oh mein Gott. Was war das für eine really, really fuck. Oh mein Gott. Ich hab mir jetzt so sick gewesen. Aber das ist die Abwehr. Das ist das beste Game. Wir hätten noch Stomp ein bisschen. Disrespect und so. Mach mal Yoshi's als Counterpick. Oh mein Gott. Ja ja. Ja ja. Eerenmann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein, Sponati wollte den gleiche machen, aber er ist nicht weggegangen. Headsafe. Oh mein, das geht doch fast auf mir abzählen. Ich hab's genau gesehen. Sponati wollte ein neues Combo-Video-Material haben. Ich hab's genau gesehen. Er arbeitet an dem nächsten Combo-Video bereits. Oh mein, das war ab, das war egal. Aber noch ist Teil. What the fuck? Aber nehm den. Oh mein, nehm den ganz klar. Oh mein, ich hab's fast und abgehend noch zurück. Das sieht so lächerlich aus, wenn ich gleich wieder so ist. Oh mein, das war ein Minster Cliff, der Vorsitzende sieht aus. Ja, wie? Nevermind. Oh shit. Bruder. Ich glaube ich bin so krank. Ich bin so gestört. Ich liebe es. Er sieht plötzlich aus wie du. Er stimmt wirklich, dass er sich vollständig ist. Ich bin so krank. Ich bin so krank. Aber das ist nicht der Stock. Aber das ist immer noch die. Weil eine wunderschöne Hälfte sich vollständig ist. Oh mein, der Reed. Oh mein, der Reed. Bruder hat mich alles. Wisst ihr? Warum ist das so bei ihm? Warum ist das so bei ihm? Auf geht's. Geplant. Oh, schief! Schief! Nein, das war doch ein Laser oder was? Ja, das ist doch mein. Schief! Es war so gut, dass man mit der Laune noch Schief macht und Laser und Schief macht. Schief! Ich bin fast drauf. Ich bin von Nachhinein der meisten weg. Der Laser-Excel geht schon. Das Knie! Ah! Straten zu meinem Combo-Korex! Ich arbeite jetzt an seinem nächsten Combo-Video, auf dem er das neue Release hat. Mit sehr schlechter Musik, hab ich gehört. Äh... Arbeitet er an dem nächsten Mal. Ich hab gehört, dass die Musik bei 1,07 vielleicht? Ja. Ja, das war so smart, wie sie sehen. Oh, ein Stick Combo und es war es. Oder schon hast du noch ein Stick Conversion. Oh, schief! Ich hab Angst, dass sie uns jetzt verliebt, ich will, dass sie uns gewinnen. Weißt du, dass ich eigentlich bloß Visier sich fremlich in die Vorne reinfällt und da einmal an der Kante zu kontrollieren würde. Und... Ja... Das ist Game 2. Aber... Josh ist auf jeden Fall ein guter Pick, wie ich finde. Könnte man wieder machen. Was macht Silvio? Welche Dynamischen Schritte würde er durchführen? Eiligdorf im Destino Final. Geile Stage. Geile Charaktere. Geile Kombos. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Das ist Old Melee. Auch in mir wahrscheinlich gar keiner zuhört gerade. Aber das ist Quality Fucking Melee. Wurscht. Er geht direkt auf den Moment. Er nimmt den ersten Stock. Mach mal Commentary mit jetzt. Das ist hier, sorry. Ich liebe es. Das ist hier vier Stöcker. Schöne Backer. Der darf noch zu scheitern ausmachen. Ich weiß nicht. Das ist kein Liebling. Was macht er als Technik? Oh, what the fuck ist der Liebling? Das ist ja schön. Ich wollte sie kommen. Oh, nice. Ja, okay. Wieder eben. Die Game-Reihe blieb. Ja, und da hat sie einen Jump-Readed schon. Oh. Oh, shit. Der kommt jetzt. Ich liebe es. Sie haben jetzt einen Fauten. Kann man leider haben, wenn sie guckst, wenn sie nicht kann noch stehen. Oh. Bei mir ist was leeres. Ich will. Ich will noch ansehen. Denk nie. Oh, er kommt. Ich will ansehen. Du bist doch schlecht. Du bist so schlecht. Nice. Das war schon eine wirklich ecklige Sequenz. Also von über Spinal war das halt schon nie schlecht. Das war eine Winner. Komplett. Oh mein, der Technik. Nee. Und da hat sie nicht auseinandergegangen. Das ist gerade so vieler Moment. Er braucht einen Stein. Das war eine Dauerung. Das war so hart. Das ist ein Dauerung. Eigentlich super saftige Di-Reihe gerade eben. Aber... Bei Team war das nicht so... ... richtig läuft. Also man einsplashen muss. Das ist smart, um die Person zu gehen. Wo wir sind ja immer saftige Stik. So. Ja. Oh nein. Oh nein. Und wenn die Alkoma weiter rein. Ich geh das Urbild verziehen. Ich will mehr davon sehen. Da will ich uns lügen. Ich kann das zweite Game gewinnen. Ich will mehr davon sehen. Das zweite Game sah echt schön aus. Aber es sieht schon vorbei ist. Aber die Wiener... Nee. Siu kriegt jetzt Moment in den Pickling. Ich geh seh'n denn. 2 Euro. Hey. Siu. Ja. Ja. Ich bin ja schon. Ja. Ja. Ich bin ja schon. Ja. Es ist wieder übel. Ich hab Sword gecallt, Lieber. Ich bin gestört. Ja. Wie macht er das eigentlich? Ja. 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 Wenn ich jetzt mal die Zeit weggezunehmen, dann ist es jetzt... Oh. Eigentlich scheinbar... Ich liebe es! Ich hab Sword gecallt. Hör mir jetzt mal keiner zu, aber ich liebe es. Fucking Pipe, Alter. Besser ist das. Nächstes Game. Fucking Battleship, Kronachik zu nehmen, Mann. Ich hab's... Ich hab's... Wurzwer ist noch der Bär. Ich hab's immer zurückgebracht. Ich liebe es. Ja, Siu kann man in der Cawler leider ins Gechallenge. Ich hab's ja in der Cawler. Ich hab's ja in der Cawler. Ja, ich hab's ja in der Cawler. Sie mit den... ...lasern und selbstblatt kommen. Kann man das zu viel gegen machen? Er muss mehr Abspitz machen, wie ich bin. Er muss mehr Gerte verkaufen die Abspitz machen. Und wenn Kronach geploschen will, muss er richtig hart abdick machen. Das ist richtig eklig. Ja, nicht so schön mit Kopf aus der Brücke. Aber Siu, man sieht, der Unterschied zwischen dem ersten Game. Oh, ja. Also wenn das weitergeht, dann sehe ich da eigentlich schon Zeitpunkt für Siu. Ja, das ist... ...und...und...oh...oh...oh...oh... Er geht oben, mein... Er nimmt ein Scheiß, das ist egal. Wie macht er das, die Reef immer alles? Ja, ich hab's ja in der Cawler. Ja, ich hab's ja in der Cawler. Aber Cawler braucht auch nicht mehr eine Scheiße von der Börsen, sondern das ist vielleicht auch ja eh. Ich hab drei Prozente jetzt. Siu gibt ihm mal drei Prozente damit. Also, jetzt würde ich mich dran halten, aber ich denke, dass Siu jetzt einfach weiter zu Teilchen spielen sollte, wie er da vorgespielt hat. Oh, der ist so ganz schlimm. Das war ein bisschen gejinxte, ja. Aber ich hab grad eben gejinxt, dass er gewinnen soll. Ich hab gesagt, er wird gewinnen, aber das heißt, ich bin jetzt eigentlich ein Jinx. Schöner abhören. Er hätte erscheinen müssen, aber... Er ist schon wieder zu schweigen. Er ist so... Was? Smart Option. Was? Das ist noch ihr fucking Meser nicht besser. Okay, okay. Die Serie haben wir in der Form. Du. Ja. Schöner Sleider. Ich hab die Reihe schön gesagt. Back it. Back it. Und das ist der nächstes Club. Das ist ja so cool. Und wenn es jetzt weiter geht... Uh, ich bruchte ab jetzt. Nocturne Position. Das ist ein Waiting Gaming. Das ist fertig. Ich würde es rollen. Oh, ich will das. Ich will das, bis hier das Game gewinnt. Und dann Game Freitag. Einfach nur für den scheiß Zeit bringen. Das ist aber die Kante greifen, oder? Der ist halt ein Scheiß. Und ein Bier ist an. Das ist ja wie. Schall of the Cheers. Der haben wir ja schon ziemlich weg. An die Kante. Aber naja. Das ist nicht wahr. Aber... Hä, das ist... Also wenn du schon zwei getrunken hast, dann geht es halt. Ja, oder? Aber so bei den ersten zwei, die sieht halt schon nicht ekel. Ja, egal. Es kommt vor allem, was man gerade haben will. Aber das werden wir natürlich nicht sehen. Oh, no. Das tut weh, aber... Oh, er bekommt nicht grab. Das können wir vielleicht mehr runtergeben. Das ist gefährlich. Aber... Ergibt es ihm einfach nicht. Das ist gut an sie, dass du einfach in den Gast-Situationen siehst, dass er einfach immer wieder zu neutral resettet. Statt einfach zu overwechseln. Das ist nicht besser, wie ich selber ins Kante. Das ist ein smarter Spieler, möchte man meinen. Würde ich auch meinen. Okay. Gibt dir das zu smarter? War das gerade eine F-Smash-Welker-Combo? Ich hoffe es nicht, was dieser Mann uns hier zeigt. Oh, nein. Was könntest du... Der ist nochmal Gabi. Hättest du nicht. Kommst du raus, Mati? Echt jetzt? Ja, ich bin nochmal auf die Schweine Gabi, Dicke. Das hat Dicke, das habe ich noch nie gesehen, Dicke. Dicke, das ist ein bisschen Sinn. Ich weiß nicht, dass er nicht hintergeht. Ich weiß nicht, dass er nicht hintergeht. Konadi hat er nicht gewusst. Konadi muss uns ein gut drauf. Konadi muss Reedy sein. Jetzt gewinnt er das nicht. Der will eine Rektion. So, nein, nein, gut. Recovery einfach. Ist hier ein paar zu rein? Okay. Aber Konadi ist genau richtig drauf. Oh, ja. Er kriegt trotzdem die Back-Hard-Topsis und wird zu bewedern. Das ist jedes Zusammenreis. Das ist natürlich nicht machbar. Und die Nice-Hard-Topsis anbietet. Dicke. Und das ist ein Game, wie viel Last-Spot aufgeht. Ja, das ist so ein Schutzmechan. Mies. Da bin ich auch so Korn auf. Beide geben sich nichts. Die Neutral-Exchange ist an der Stelle. Guck dir diese smarten Plays an. Konadi will eigentlich nur noch stormen. Beide Auber-Exchange nicht. Sie muss Acht-Hild. Acht-Hild ist der Schlüssel zum Sehen. Oh. Er hat gewusst, dass er grabben will. Er ist so smart. Er hat aber gescheitert. Was? Wer würde da? Ich würde mich jinxen. Oh. 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 Er muss da noch kein Rad von. Eiii. Er muss da weg. Oh mein Gott. Der Coolhawk. Die Rolle pass auf. Der fucking Foxlight Coolhawk. Er hat erstmal schmein. Oh mein Gott. Schmein. Er riecht den Laser. Er gibt ihm die Kante. Voll. Oh. Shieldpoke. Na. Oh mein Gott. Die Ziel ist so knatsch. Game 5 auf C. Game 5 auf C. Game 5 auf C. Auf C als Counterpick. Yoshis. Was soll ich machen? Ja. Schau mal. Schau. 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 Last fucking game auf C. Ich liebe es. Ich glaube ich kann zu Grand 2. Zeit nicht da bleiben, weil ich nach Hause bin. Das ist voll hinter der Boppe. Ich muss nur irgendwie aufstehen. Diese Zeit. Sie können jetzt ziehen auf meine Stücke. Ich weiß nicht. Ich bin nicht. Ich weiß nicht, wer ist Timmula. 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 Ne. Er kam. Aber wahrscheinlich bekannter von Zeno. Bekannter von Zeno. Familie. Groups. Was. Zeule war das mit Bapot? Backer. Aber wenigstens. Er kam aber die Kante. Bruder! Ich bin schon gestört. Ich sehe gerade ein Ziel, all das, was man Falcon nicht ist, und zwar einfach ein Zwangsplay. Einfach... Oh! Einfach absolute Smarter. Aber ich schaue, das Gameplay ist gerade viel zu ziehen. Geile Kombos. Game-5-Scenarios. Ja, jetzt geht er wieder zurück und der Play soll einfach wieder zurück bis in der Ecke. Ich habe ein nice SD-1 nach oben von Komogi. Bestimmt auch ein wenig Großviel dagegen zu spielen, wenn man mit dem Spiel wieder... Auf jeden Fall geil. Aber wie ist es für Robi schon mit dem Stock hin? Ich habe es irgendwie verpeilt. Das war der Stock eigentlich. Ja, Digga, jetzt ich hatte ihn noch. Und Robi wird frustriert. Die Sendung überrennt ihn einfach gerade. Das ist absolut schön, aber ich verhielte die Lasten Stocks hin. Beide Spieler sollen alles geben. Oh, da ist die. Das ist ein fucking Backer, Digga. Auf geht's. Das ist fucking Hype, Alter. Schöne Backer. Für der Jump. Oh, die guten DIY und Technik. Es ist in der Corner. Er läuft. Oh, die Wheelcracker. Nein. Ich habe es gesehen, aber es ist ganz vorbei. Sie hat Coverless. Sie spielt gerade absolut gestürzt. Sie spielt gerade absolut gestürzt. Wir werden sehen, oh mein. Scamper, was ich gerade sehe, ist einfach nur. So ein Backer-Fort. Oder von Hattiesusmaß. Backfest. Coverless? Nie. Das ist ein Backer-Fort. Das ist ein Backer-Fort. Das hätte der Aufgleich werden können. Oh mein Gott sind es wieder. Schnellenscheinend auf dem Shield. Up-Tilt. Oh mein Gott. Aber er ist wirklich gut. Okay. Der kommt runter wie der Laser-Up-Tilt. Oh, die Up-Tilt kommen langsam raus, Digga. Das hat jemand frustriert. Zicke-Combo. Auf geht's. Ich will einen Last-Stalk sehen. Aber es ist alles noch drin für beide Spiele. Ich habe hier die Rolle. Natürlich wollte er. Warum würde er nicht rollen? Okay, komm. Komm, Kobobi. Alles drin. Aber wie Sieger spielt, ist einfach nur beeindruckend. Das ist halt dumm. Es ist eben scheiße, um einen Commentary neben den Spielern zu besitzen. Die hören alles, was du sagst. Ich bin ein bisschen lame. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist gar nicht drin. Kommt der Tech-Chess? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Last-Stalk. Auf geht's. Fucking high. Das ist doch Game 5. Losers Finals. Ich kann ja nicht mit Grants bleiben. Aber es ist fucking high. Ich bin fucking high. Ich bin fucking gehyped. Oh mein Gott. NRT. Okay. Dann rein. Rolle. Der fucking ist fucking upfiff. Aber er kriegt nichts. Der rollte raus, natürlich. Oh. The spacing war gestört. Oh mein Gott. Die Patience. Natürlich wieder rollen. Natürlich wieder rollen. Die rollen ist Panik. Ja, warte nochmal. Stopp. Oh mein Gott. Was? Falsche Richtung. Das kann nicht sein. Was? Er choked. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Beide chocken. Oh nein. Es wurde skifft. Egal wer das hier gewinnt. Beide haben es verdient. Oh. Was? Du bist P- Dez. Hougen. Oh mein Gott. Woo oow. 1, 2. Zehnein. Nein. Da¡